Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei TV-Trades. Mein Name ist Attila Tewi und in diesem Video sprechen wir mit Ihnen über die PayPal-Aktie. Hierzu gab es bereits in den letzten Tagen ein Video. Es gab noch einige Fragen bzw. es war unklar, wie sich hier auch das ganze verhalten hat im Gegensatz zu meiner Prognose. Entsprechend möchte ich hier auf meine letzte Prognose eingehen und darauf basierend schauen wir uns dann die aktuelle Bewegung an. Doch bevor wir loslegen, lassen Sie auf jeden Fall gerne ein Abo da, damit Sie auch in Zukunft keine weiteren Updates verpassen. Das Ganze hat noch einen weiteren positiven Effekt. Sie unterstützen mich und diesen Kanal für die kostenfreien Inhalte, die ich für Sie anbiete. In diesem Sinne schauen wir auch mal jetzt, was in meinem letzten Video hier ich prognostiziert hatte und möchte hier auch nochmal einfach im Detail eingehen, wie sich das verhalten hat und warum die Elite-Wellenzählung hier nicht gepasst hat und dass das auch gar nicht mein Primärszenario ist. Es gab auch einige Fragen hinsichtlich einer Prognose, wenn man die doch macht, sollte man die doch auch traden. Also wenn ich hier so eine Prognose mache, dann heißt das nicht, dass ich in dem Punkt auch eingestiegen bin. Diese Prognose dient einfach dazu, dass Sie mehr Informationen haben und auf Basis dieser Informationen agieren können. Hier haben wir einmal den Zeitfaktor, darauf gehe ich auch nochmal gleich ein und dann haben wir den Preisfaktor, den berechnet hier mit den AJ-Wellen. Das heißt, dann müssen Sie für sich zunächst mal ein Risikomanagement betreiben und das Ganze mit einem Trading-Setup ergänzen, damit Sie auch langfristig hier profitabel sein können und nicht unabhängig von mir, auch bei anderen YouTubern sich Videos anschauen, Informationen abgreifen und einfach blind in einen Trade gehen. Damit werden Sie auf jeden Fall nicht erfolgreich. Kurzfristig können Sie da sicherlich mal Glück haben, aber langfristig kann ich Ihnen sagen und garantieren, werden Sie Geld verlieren. Genau, ich würde jetzt hier auch ganz kurz mal auf mein letztes Video eingehen. Wir müssen hier natürlich mal zwei Dinge betrachten. Zunächst einmal die Gen-Zeitzügel-Projektion, die mir hier Hochs und Tiefs vorgibt oder anzeigt. Hier können wir sehen in dem Fadenkreuz, dass das Hoch hier ungefähr am 18. Juni datiert wurde von mir und dann geht es hier runter in dieses Tief. Das wird dann wahrscheinlich ungefähr am 22., 23., beziehungsweise der Freitag bei der 21. Juni sein, dort liegen. Genau, das wären die Daten für meine Gen-Zeitzügel-Projektion. Das Hoch ist ungefähr am 18., 19. Juni herum und dann geht es runter. Auf Basis der Elliot-Wellenzählung ging ich davon aus, dass dieses Hoch hier eben in einer Welle 3 sein könnte. Das ist möglich, ist aber auch jetzt kein Muss. Wichtig ist der Zeitpunkt. In diesem Fall war das Hoch schon drin. Meine Gen-Zeitzügel-Projektion war hier etwas verschoben. Ich werde auch gleich im realen Chart zeigen, warum das Ganze hier ich nicht erkannt habe, beziehungsweise an diesem Punkt hier hätte ich eh auch keinen Trade eröffnet. Also man muss auch mal hier das Ganze betrachten und mehrere Informationen oder Tools hier kombinieren. Wie wir hier jetzt auch sehen können, ist dieser Bereich hier seit dem letzten Video auch nicht mehr hoch gelaufen. Das heißt, meine Zählung auf Basis der Elliot-Wellen wurde hier invalide. Entsprechend ist das Ganze jetzt hier runtergelaufen und ich habe meine Elliot-Wellenzählung angepasst. Würde bedeuten, wir haben hier übergeordnet eine 1, 2 und bauen hier gerade eine 3 aus. Und die 3 baut gerade eine 1, 2, 3, 4, 5 aus und so weiter. Ich möchte hier aber auch gar nicht allzu sehr in die Elliot-Wellenzählung einsteigen, denn diese dient meines Erachtens nicht für Prognosen oder Vorhersagen. Sie dient lediglich nur in ihrer Art und Weise, bessere Wahrscheinlichkeiten zu berechnen und auf Basis dieser Wahrscheinlichkeiten Risikomanagement zu betreiben. Hier ist jetzt ein Tief gewesen. Prinzipiell wäre das ein Punkt, wo man sagen könnte, gut, hier ist Potenzial, das Ganze jetzt long zu nehmen. Warum? So, ich setze zunächst einmal meine Trendwinkel hier mal richtig an. Sekunde. Und wir können hier auf jeden Fall sehen, dass folgender Trendwinkel noch nicht erreicht wurde. So, jetzt habe ich nochmal zur Veranschaulichung meine Projektion hier angelegt. Das Ganze, können Sie sehen, passt hier nahezu in die Bewegung, wie sie auch in der Realität passiert ist. Also wir hatten hier das Tief, hier das Tief. Von hier aus ging es dann nach oben. Also von diesem Tief heraus ging es hier nach oben bis zu diesem Zeitpunkt. Und das bedeutet im Prinzip, benötige ich hier keine Elliot-Wellenzählung, um das Ganze zu handeln. Wenn ich weiß, an diesem Punkt ist das Tief drin und zum Zeitpunkt, also 6. Februar ungefähr, ist das hoch drinnen, dann warte ich entweder von diesem Zeitpunkt zu diesem Zeitpunkt, um hier meine Position aufzulösen. Aus diesem Punkt heraus ging es runter, das hatten wir dann auch hier. Aus diesem Tiefpunkt heraus lief es dann hoch. Das hatten wir auch bis zu diesem Part hier. Hier geht es dann runter. Das kann man jetzt hier in dieser Projektion nicht so gut erkennen. Man könnte jetzt die Projektion größer darstellen. Ich mache das hier ganz kurz mal. So, und dann sieht man hier, das ist ein Hochpunkt. Von hier aus läuft es runter, das ist ein Tiefpunkt. Und wichtig ist hier auch zu erwähnen, dass diese Ausprägungen logischerweise nicht identisch sein müssen wie in der Realität. Das heißt, sie können größer oder kleiner ausfallen. Jetzt hier kann ich natürlich sehen, das Hoch war drin. Folgendes Tief wäre hier drin. Das ist ungefähr dieser Zeitpunkt. Und jetzt können wir hier diese Bewegung sehen. Die geht in erster Linie mal nach oben, aber bewegt sich dann hier nach unten und korrektiv seitlich. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass das Ganze, weil dieser Bereich hier noch nicht abgeholt wurde, hier zunächst einmal kurz nach oben läuft und in dieser Bewegung nach unten läuft. Und dieses Unten kann wesentlich tiefer sein, als es hier dargestellt ist. Deswegen nutze ich, wie gesagt, die LJ-Wellen als sekundäres Szenario, um das Ganze ein bisschen besser abzustimmen. Genau. Wo wäre dann hier jetzt mein Einstiegspunkt? Natürlich kann ich auf Basis dieser Zählung jetzt sagen, okay, ich habe hier jetzt eine 1, 2. Und dann würde ich, je nach Positionsgröße, entweder mal einen Stop-Loss hier runtersetzen. Also unter diese 1. Das würde bedeuten, sobald diese unterschritten wird, ist auch diese Zählung invalide. Oder ich schaue natürlich nach der inneren Struktur. Dann hätten wir hier auch eine 1, 2. Und diese dazu natürlich nicht dieses Tief hier rausnehmen. Das heißt, ich könnte hier sehr eng schon einen Stop-Loss setzen. So. So oder so würde ich hier natürlich jetzt folgende Bewegung abwarten. Sollten wir dann hier in diesem Zeitraum, also ungefähr 5. Juli bzw. 8. Juli, einen Boden finden, im besten Fall auf dieser Trendlinie, dann kann man hier darüber nachdenken, das Ganze long mitzunehmen. Vorher würde ich hier nichts machen. Deswegen ist es wichtig, dass Sie ein Trading Setup haben, einen Trading Plan bzw. auch das Risikomanagement, um hier Ihre Trades entsprechend abzustimmen. Denn nicht ein oder zwei Trades bestimmen Ihren Erfolg. Sie brauchen da definitiv einen Plan, in dem Sie Vertrauen setzen können und entsprechend mit diesem Plan agieren und handeln, damit Sie langfristig profitabel sind. Das könnte bedeuten, dass Sie zum Beispiel von 10 Trades 5 Trades falsch haben und dennoch am Ende Profit schlagen. Ansonsten muss hier natürlich geschaut werden, wie sich das Ganze entwickelt. Sollte dieser Boden hier durchbrochen werden, was möglich ist, dann hätten wir hier diese Struktur im Bruch. Das würde bedeuten, dass wir hier eine 1 dennoch hätten und die 2 hier eben in eine A, B, C eventuell tiefer kommen kann. So, ich gehe aber aktuell davon aus, dass das nicht so kommt, dass wir diese Zone hier halten, ungefähr in diesem Bereich und von hier aus das Ganze dann dreht. Daher ist es wichtig zu beachten, den ungefähr 8. Juli, 9. Juli zu diesem Zeitpunkt kann das Ganze dann wenden. So, und das Ganze dürfte dann von hier aus prinzipiell bis Ende des Jahres hochlaufen. Das dürfte dann hier dann, wenn das die Unterstruktur, die Welle 2 ist, hier an einer 3 hochlaufen. So, das könnte dann ungefähr bis hierher sein. Von hier aus würde dann die 4 sich entwickeln und prinzipiell könnte dann theoretisch hier die 5 hochlaufen und die übergeordnete Welle 3 würde zum Ende des Jahres abschließen. Hier muss man einfach mal schauen. Wichtig ist, wie gesagt, der 8. Juni. So, hier dieser Bereich. Wir können natürlich auch bereits hier den Boden drin haben, wobei diese Struktur hier erstmal für mich nicht gut aussieht und auch wir diese Zone hier nicht abgeholt haben. Genau. So, das war grundlegend schon mal das Update zu PayPal. Also wie gesagt, wichtig ist, dass Sie einfach, egal ob jetzt in diesem Video oder in allen weiteren Videos, hier auf die Trendwendebereiche achten. Sie können hier unten im Video natürlich immer die Monate und die Zeitbereiche sehen. Insbesondere jetzt hier bei PayPal sind keine markanten Wendepunkte da, aber wenn ich jetzt hier welche deklarieren müsste, dann würde ich natürlich hier schauen, das ist ein Tief, hier zu diesem Zeitpunkt nach dem Hoch, hier nach dem Tief, dann würde ich hier in dieser Bewegung ungefähr hier nach dem Hoch schauen. Das hier sieht auch nach einem kleinen Tief aus. Von hier aus geht es nach oben, hier ist dann ein Hoch, hier ist ein Tief, hier ist ein Hoch, hier ist ein Tief und so weiter. Entsprechend kann man sich dann folgende Wendebereiche markieren im Chart und auf Basis dieser Zeitprognosen quasi die Hochs und Tiefs handeln. Genau. Wenn man das jetzt hier betrachtet, sieht das ja nach einer Aufwärtsbewegung aus. Ich möchte hier nochmal ganz kurz eine Alternative zeigen, dass auch wenn es hier aufwärts aussieht, dass es nach unten laufen kann. Wichtig ist aber immer zu beachten der Wendebereich. Das heißt, von hier aus könnte das Hoch tatsächlich hier hoch laufen. So, dann hätte hier der Wendepunkt am Anfang und am Ende gepasst. Dieses Tief hier, auch wenn es hier nicht so tief aussieht, kann aber von diesem Zeitpunkt heraus bis zu diesem Zeitpunkt weiter nach unten laufen. Also wichtig ist, wie gesagt, Punkt A und Punkt B und hier dann gegebenenfalls einen Trade zu beenden auf Basis dieser Analysen. So, von hier aus können wir sehen, von hier aus läuft es bis hierher nach oben. Das kann wiederum bedeuten, dass es hier tatsächlich zum Beispiel bis nach ganz oben laufen könnte. Wichtig ist dieser Zeitpunkt. Kann aber auch durchaus sein, dass dieses Hoch, was auch größer aussieht, hier wesentlich kleiner ausfällt. So, das ist prinzipiell die Methodik, die ich hier primär verwende. Das Ganze kann man natürlich schön mit den LJ-Wellen ergänzen, weil diese Strukturen geben die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen besser zu definieren. Und in Kombination hat man dann eben einen Zeitfaktor plus eine Formation bzw. ein mögliches Preisziel auf Basis der LJ-Wellen. Ich hoffe, das Update war informativ und hilfreich. Für Sie, falls ja, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, damit hier auch dieser in Zukunft wächst. Auch im Tausch gegen diese Informationen, die ich hier in regelmäßigen Abständen für Sie bereitstelle. Heute nochmal Paypal in den nächsten Tagen. Lasse ich auch nochmal gerne neue Analysen da. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie hier auch gerne mal einen Kommentar unter diesem Video da lassen. Und wünsche Ihnen erstmal einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video.